Die teuerste Zweitliga-Elf. Ja, hallo liebe Fußballfreunde. Genau, heute schauen wir uns die teuerste aktuelle Zweitliga-Elf an. Vom Torwart Abwehr bis zum Stürmer. Dann kommen wir auch gleich zum teuersten bzw. wertvollsten Zweitliga-Torwart. Jonas Urbeck von Greuther Fürth. Sein aktueller Marktwert sind 3 Millionen Euro. Dann kommen wir zum ersten Innenverteidiger. Ja, Machton Dardai von Hertha BSC mit einem aktuellen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Dann kommen wir natürlich zum zweiten Innenverteidiger. Ja, Marcel Halstenberg von Hannover 96. Er hat ebenfalls einen aktuellen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Ja, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir zum Linksverteidiger, den wertvollsten der zweiten Liga. Tom Rote von Holstein Kiel mit einem Marktwert von 6 Millionen Euro. Der aktuell wertvollste Rechtsverteidiger der zweiten Liga ist aktuell Wendon Sopi von Schalke 04 mit einem Marktwert von 6 Millionen Euro. Dann kommen wir jetzt zum Mittelfeld. Ja, im zentralen Mittelfeld der wertvollste Spieler von Schalke 04, Oua Drago mit 8 Millionen Euro. Dann kommen wir zum zweiten Mittelfeldspieler. Ja, Ludovic Reis vom HSV. Reis hat einen aktuellen Wert von 6 Millionen Euro. Dann kommen wir zum wertvollsten Rechtsaußen der zweiten Liga. Ja, Paul Wanner von SV Evelsberg, ausgeliehen vom FC Bayern München. Wanner hat einen aktuellen Marktwert von 3,5 Millionen Euro. Der aktuell wertvollste Linksaußenspieler der zweiten Liga ist Christoph Zolis von Fortuna Düsseldorf mit einem aktuellen Marktwert von 5 Millionen Euro. Ja, liebe Zweitliga-Freunde, der wertvollste offensive Mittelfeldspieler ist Chan Unzun vom 1. FC Nürnberg. Unzun hat einen aktuellen Marktwert von 8 Millionen Euro. Ja, dann fehlt natürlich noch der wertvollste Stürmer der zweiten Liga. Oh, und das ist Robert Glatzl vom HSV mit einem aktuellen Marktwert von 5 Millionen Euro. Ja, liebe Fußball-Freunde, diese Top-11, die wertvollste Elf der zweiten Liga hat einen Gesamtwert von 55,50 Millionen Euro. Ja, liebe Fußball-Freunde, und jetzt noch eine Frage an euch. Wer ist für dich der beste Zweitligaspieler aktuell? Schreib deinen Top-Spieler in die Kommentare. Ja, liebe Fußball-Freunde, das waren aktuell die Top-11 der wertvollsten Zweitligaspieler. Wie gesagt, schreib deinen Top-Spieler in die Kommentare. Hat's euch Spaß gemacht? Dann danke ich für ein Like und ich danke für ein Abo für Wernas Gaming. Dann viel Spaß noch mit meinen Fußball-Videos. Bis dann. Tschüss.